So, wir haben noch etwas Zeit, um ein bisschen zusammenzuschälen. Und jetzt kommt eine Geschichte, Alter, die kann natürlich sehr hart werden, weil ich mein Buch aus der Hand gegeben habe und ich war mir nicht sicher, ob ich das richtig mache, Alter. Flocke, verzeih mir bitte. Alter Art. So, Flocke schreibt etwas in das Buch von Gustavo. Benjamin sagt, at me on Facebook. Alter Art. Bergsteiger Tobias sucht nach einem Rückzack. Für seinen Trip in den Alpen. Ha, ha, ha. Wir beobachten dieses Geschehen. Und sogar ein Deal. Ist die Polizei vielleicht in der Nähe? Jorge González. Der Kubaner ist beteiligt. Autogramme werden verteilt. Benny hat die Kosten für das Abitur schon bezahlt. Alter Art. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Alter Art. Er kann nun, er kann nun zu Hause. Er will nun erst nach Hause, wenn der letzte Sonnenstrahl untergegangen ist. Flocke hat mit Vivi gesprochen. Worüber bleibt sein Geheimnis. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Too nice, Dika. Too nice. Du bist. Du bist.